3, 3, 4, 3, 2, 1. Es war mega cool heute, ein super schnelles Jura-Gelände. Bis zum Schluss musste man konzentriert die OL machen. Es gab sehr lange Teilstrecke, wo man durchschauen musste und einen genauer Plan haben. Die erste Längeteilstrecke hatte leider wieder grösseren Fehler. Aber ich kam wieder wieder gut ins Rennen. Es war mega cool, nach dem Sieg am Um noch mal hier zuzuschlagen.